Musik Er macht gar nichts. Er macht gar nichts. Er macht gar nichts. Er kommt wieder. Kreis, Kreis, Kreis! Kreis, Kreis. Kreis, Kreis. Kreis, Kreis. So, das war die erste Leistung. Ich denke, wir haben die auslöpischen Platz. Sehen wir gestanden. Ja, in zehn Minuten führen wir die nächste Halbzeit. Bert, heute erstes Testspiel. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Ja, es war ganz okay. Also, wir haben die Woche viel trainiert. Deswegen war es heute eher wichtig, gut über die Bühne zu kommen und sich nicht zu verletzen. Aber wir können eigentlich zufrieden sein. Und es ging ja auch im guten Zweck immerhin. Und ich denke mal, das haben wir ganz gut gemacht heute. Wie wichtig ist die Abwechslung für euch zu dem normalen Trainingsalltag? Extrem wichtig, weil durch Spiele hat man mal im Gegensatz zu normalen Krafttraining oder Laufen eine schöne Abwechslung, die Spaß macht. Und gerade wenn man jemandem damit eine Freude machen kann, wie hier in Griefel, ist das immer eine tolle Sache. Die Mannschaft hat das Gesicht deutlich verändert. Wir haben, oder ihr habt einige Abgänge zu verzeichnen mit Christian Zufelder, Alexander Ladig sicherlich auch Namen, die das schwerierende Bild geprägt haben. Wie siehst du jetzt die Mannschaft in der Zukunft? Na ja, ich denke, dass es eine junge Mannschaft ist, viele junge Spieler. Und wir haben trotzdem aber auch alte gestandene Akteure, die schon lange zweite Bundesliga und auch erste Bundesliga spielen. Und das, denke ich, ist eine gute Mischung. Und deshalb wird es ein spannendes Jahr, denke ich. Mit Thomas Schrier ist bisher ein Neuzugang da. Auf deiner Position wird ja noch jemand gesucht. Wie siehst du dem entgegen? Na ja, es sind gemischte Gefühle. Ich kann es natürlich nicht ändern und ich werde mir ein Bestes geben, natürlich an dem Mann dann vorbeizukommen. Aber das wird sich alles in Zukunft zeigen, wer da geholt wird und wie sich das alles abspielt. Deswegen kann ich dir jetzt noch nichts sagen. Deine persönlichen Ziele für die neue Saison, wie schauen die aus? Ja, ich will so viel wie möglich spielen, viele Tore machen und einfach ein tolles Jahr mit Schwerin haben. Alles klar, Bert. Ich wünsche dir viel Glück dafür. Danke, dass du da warst. Viel Spaß nochmal für die neue Saison und alles Gute. Danke. 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 Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 sch Banzösseite! Alleine! Ja, wenn ich gerade so die Außenspieler mal nicht drauf habe, ist auch nicht so schuld, ne? Nehmt ihr keine Ahnung. Halt, halt, halt! Danke sehr!